Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Papa Oki. Sharkoon präsentiert mit dem Elite Shark CA 700 ein ganz besonderes Gehäuse. Wir haben es uns anhand von Produktbildern schon mal angeguckt und was wir dabei gefunden haben, erfahrt ihr hier. Seid gespannt! Vielleicht kann Sharkoon ja mal über seinen Schatten springen und uns ein Testexemplar zuschicken. Aber so müssen wir jetzt erst einmal anhand von Produktbildern uns das gute Teil anschauen. Das ist es also, das Sharkoon Elite Shark CA 700. Ein Showcase, dessen leicht geneigtes Design wir schon bei anderen Herstellern mal gesehen haben. Zum Beispiel zahlt man die Z-Maschine 500, aber die kostet auch gleich einmal 1000 Euro. Oder von Thermaltake oder Thermaltake hat es eins gegeben. Oder gibt es noch das AHT 600. Das kostet so um die 329 Euro. Und dann gibt es natürlich noch das coole Kuga Conquer so um die 269 Euro. Der Preis von dem Elite Shark CA 700 ist noch nicht bekannt, aber ich hoffe mal, dass Sharkoon das in größeren Stückzahlen produzieren kann und somit vielleicht den Preis unter 250 Euro halten kann. Das wäre nämlich dann echter Hammerpreis. Das Gehäuse selber, machen wir mal in groß auf, das Gehäuse selber wird in weiß mit schwarzen Akzenten gehalten. Also es gibt es auch nur in der Farbe bisher. Ich würde auch sagen, dass das passt zu dem Gehäuse. Ganz in Schwarz würde es wahrscheinlich viel an seiner Wirkung einbüßen. Und es hat noch einen weiteren Vorteil. Man braucht im Innenraum nicht unbedingt weiße Komponenten, sondern man kann hier auch mit schwarzen Komponenten und dann halt mit viel RGB arbeiten. Wird trotzdem gut ausschauen. Klar kann man auch ein weißes Mateboard und weiße Grafikkarte einbauen, aber das hat halt meistens auch einen Aufpreis. Ja und wem das natürlich zu wenig Farbe ist am Case selber, der kann ja immer noch mit Sprühfolie, die kann man ja jederzeit wieder abziehen, noch ein paar farbige Akzente hinzubringen. Ist ja alles kein Problem. Wenn wir uns das so anschauen, das sieht schon schick aus. Im Innenraum scheint es echt großzügig zuzugehen. Wir können laut Spezifikationen hier ein ATX-Mainboard einbauen. Die maximale Abmessungen von der Grafikkarte, die ja hier eingebaut werden kann, ist 47,5 Zentimeter. Und auch der CPU-Kühler, der in dem Bereich ja dann sein dürfte hier, der darf bis zu 16,5 Zentimeter in der Höhe haben. Und auch als Netzteil können wir ein ganz normal handelsübliches Netzteil einbauen mit im ATX-Format mit bis zu 19,5 Zentimeter. Alles in allem also großzügige Midi-Tower Abmessungen, sodass in dem CA 700 eigentlich so gut wie alles eingebaut werden kann, was der normale Gamer braucht. Auch auf Laufwerke müsst ihr nicht verzichten. Also die kann man auch vor allem hier hinten dann mit anbringen, schätze ich mal. Ist jetzt schwer zu erkennen, aber laut Spezifikationen können wir zwei 3,5 Zoll und sechs 2,5 Zoll Laufwerke einbauen. Also hier sieht man es wahrscheinlich wieder auf diesen Trace hier. Also wo genau die jetzt zum Einbauen sind, kann ich jetzt leider anhand von dem, von den Bildern nicht erkennen. Aber die meisten von euch werden ja eh eine oder zwei M2 NVMe direkt auf dem Mainboard einbauen. Der Lieferumfang an Lüfter kann sich auch sehen lassen. Wir haben hier im vorderen Bereich 220 Millimeter ARGB-Lüfter. Hier oben haben wir 320 Millimeter ARGB-Lüfter. Wahlweise könnte man hier auch einen Radiator einbauen mit maximal 7 Zentimeter Tiefe. Und laut Spezifikationen im technischen Datenplatz sind hier noch einmal drei Standard-Lüfter eingebaut. Der Sinn entzieht sich mir aber, denn wir haben im Gegensatz zum Sharkoon Nightshark ATX zum Beispiel hier im hinteren Bereich ein Stahlblech. Und da sind, so wie ich das jetzt sehen konnte, keine Löcher drin. Ich habe leider kein Bild von der Seite. Also wenn, dann müssten so Lüfter drin sein wie beim Sharkoon Nightshark ATX. Da sind ja so Wabenlöcher drin. Wenn das wäre, dann wäre es in Ordnung. Ansonsten ist es sinnlos. Die 360 Millimeter Einbaumöglichkeit bietet sich daher eher für einen weiteren Radiator mit bis zu neun Zentimeter an. Und eine Pumpe dann für so eine Custom Wasserkühlung kann man im vorderen Bereich einbauen. Und da kann man es dann sowohl stehend als auch direkt am Mainboard Tray montieren. Optisch würde so eine Custom Wasserkühlung sich natürlich in diesem Case hervorragend machen, weil man es ja echt richtig schön sieht und auch das außergewöhnliche Design dieses Cases nochmal zur Geltung bringen würde. Spannend wird es aber sein, wie laut das Ganze dann ist. Wenn man hier sieht, das ist ja alles offen. Die Lüfter hier vorne, also da ist nichts drüber. Das heißt, man kann hier direkt an die Lüfter greifen, wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe mal, da ist eine Scheibe drüber. Denn ansonsten kann es leichter mal passieren, wenn man da reinfasst, dass man dann auch mit dem Finger im Lüfter hängt. Und das kann eigentlich nicht sein. Also da müsste eine Scheibe drüber sein, auch wenn man es jetzt hier, ja wenn ich das hier genau anschaue, müsste hier eine Scheibe drüber sein. Aber dennoch, hier oben ist offen. Also da sehe ich jetzt auch keine Scheibe. Also ich glaube doch, dass das alles offen ist. Sonst zieht es ja keine Luft. Und dann wäre es aber auch ein Staubproblem. Also wie gesagt, das ist spannend, wie laut das ist. Beim Zocken mit dem Kopfhörer wird man das sicherlich nicht hören. Aber beim normalen Arbeiten, boah, da glaube ich, ist er dann zu laut. Was auch schön ist, was schon eingebaut ist, ist eben ein Kit zum Einbau einer maximal drei Slot Grafikkarte. Also zwei Slot ist ja gängig. Drei Slot würde man also auch reinbringen. Ein Reißerkabel scheint aber zu fehlen, denn ich habe jetzt in den Spezifikationen hier nichts gesehen, dass hier eine Reißerkarte irgendwie im Zubehör mit drin wäre. Ich hoffe aber mal, dass Sharkoon dieses Mal so eine Reißerkarte beilegt. Denn die meisten, die so ein Showcase sich kaufen, die werden die Grafikkarte natürlich auch vertikal einbauen wollen. Und für Sharkoon ist das ein kleiner Preis, wenn sie die in großen Mengen einkaufen. Wenn wir die uns einzeln kaufen müssen, dann sind wir immer, ja, ich habe letztes Mal gesagt, ich glaube 79 Euro oder was so eine Reißerkarte, eine gute Reißerkarte kostet oder ein Reißerkabel, nicht eine Karte. Und ja, wäre schön, wenn sie es mitliefern würden. Die Anschlüsse an der Vorderseite, so wie ich jetzt das hier sehen kann, sind ausreichend. Wir haben zwei USB 3.0 Anschlüsse, wir haben einen USB-C Anschluss, dann natürlich Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang und einen Power-Schalter. Außerdem natürlich die LED-Statusanzeigen für HDD und Power. Was ich aber hier vermisse, ist ein Reset-Switch. Ich weiß nicht, ob das da oben Reset-Switch sind oder überhaupt Funktionstasten, um die ARGB-Beleuchtung zu steuern. Denn das wäre schon wünschenswert, denn Sharkoon verbaut seinen Standard-Hub, den wir ja schon kennen von anderen Cases. Und den kann man ja über den Reset-Switch steuern. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt schwer erkennen und es ist auch nicht beschrieben, ob das da oben Funktionstasten sind für ARGB-Steuerung. Sieht aber fast so aus. Ja, und der Hub selber ist erfreulicherweise auch ordentlich groß. Wir haben ja schon fünf Lüfter verbaut und es sieht so aus, als wäre acht Anschlüsse. Das heißt, wir könnten durchaus noch einen Radiator und eine Wasser-AIO anschließen. Die braucht ja meistens zwei. Dann haben wir noch eine frei für die Grafikkarte. Mit acht Anschlüssen ist das wirklich ein anständiger Hub. Wie man so ein Hub richtig anschließt, das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Link hier oben. Was wir hinten auch sehen können, ist, dass ausreichend Kabelkanäle und sogar Klettverschlüsse für das Kabelmanagement schon mitgebracht werden. So sollte eigentlich jeder ein sauberes Kabelmanagement hinbekommen. Aber bei so einem Case empfehle ich sowieso immer ein Netzteil mit modularen Anschlusskabeln. Denn viel verstecken lässt sich ja trotzdem nicht. Und außerdem ist ja an der Rückseite ein normales lackiertes Stahlblech ohne Ausbuchtung, weil das kann man ja hier erkennen an den Bildern, dass hier nichts raus steht. Das heißt, wir haben hier eine glatte Wand und dann ist auch nicht so viel Platz in der Rückseite. Ja, vorne sehen wir dann noch hier an der Seite sehen wir vier Löcher. Mit denen lässt sich das Case vierfach in der Neigung verstellen. Das heißt, man kann es ein wenig nach hinten oder nach vorne neigen, je nachdem. Also wenn man es nach oben stellt seine Schrauben, dann würde es leicht nach hinten kippen und so steht es eben jetzt gerade. Und das Case soll auch an den Stellen, an denen es kippt, also wo die Achsen sind, mit einer speziellen Beschichtung versehen worden sein, damit man beim nach oben klappen nicht den Lack verkratzt. Aber damit das Ganze einem nicht den Finger wegschnappt wie ein Piranha, muss man das Ganze mit einem Sechskantschlüssel, der mitgeliefert wird, arretieren oder so fest anziehen, dass es nur sehr langsam oder gar nicht nach unten klappt, eben nur mit Gewalt. Ein Federmechanismus ist leider nicht verbaut. Ja, so schaut es eben im geschlossenen Zustand aus, so im geöffneten Zustand. Und man kann das natürlich auch nur halb hochklappen, so wie hier. Alles in allem finden wir, es ist ein sehr schickes Showcase. Wenn Sharkoon auch noch das passende Reißerkabel beilegt, ein nahezu perfektes Showcase. Und wenn Sharkoon es auch noch schafft, es zu seinem typisch guten Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt zu bringen, dann denke ich, werden wir es bei sehr vielen Custom Builds hier auf YouTube wiedersehen. Stellt sich also nur noch die Frage, wann kommt das gute Teil und zu welchem Preis? Ja, wäre das Gehäuse auch was für euch? Das außergewöhnliche Design? Oder sagt ihr, ihr nehmt lieber ein schlichtes Design und dafür wahrscheinlich merklich leiser als dieses? Schreibt es mir mal doch unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn noch nicht getan. Bis bald! Bis bald!